Einen wunderschönen guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen auf den PS-Days 2022. Die Tuning-Messe die hat dieses Jahr das erste Mal ihre Tore geöffnet und neben den ganzen üblichen Verdächtigen von VW und BMW und so weiter sind auch eine ganze Menge Opel angereist. Von denen möchte ich euch heute meine fünf absoluten Highlights präsentieren. Highlight Nummer eins ist dieser Opel Corsa C, weil er einfach zeigt wie viel Mühe man sich geben kann mit einem Auto, wie weit Tuning überhaupt gehen kann. Guckt euch das mal an, der ganze Motorraum wurde gecleanet, alles mit Leder ausgekleidet, der ganze Lack, viele Pinstripes, Airbrush und so weiter. Richtig krass und vor allem weil ich nicht wusste wie gut Frontscheinwerfer vom BMW 5er E60 auf dem Opel Corsa C aussehen. Nicht schlecht. Mein Opel Highlight Nummer zwei ist dieser Kadett E-Caravan. Den finde ich serienmäßig schon ziemlich cool, einfach mit seiner dreitürigen Ausführung. Dieses Exemplar hier steht absolut perfekt da und ich finde diese Farbkombination mit diesen goldenen BBS Felgen, dann mit diesem blassen Grün auch einfach richtig cool und dieses Gold ist auch am Motor wieder zu erkennen. Ja, am Ventildeckel und ich finde es auch so schon richtig nice hier ein C20XE Motor reinzubauen aus dem Kadett GSI, um dem Caravan noch ein bisschen mehr Power zu verleihen. Auf zu einem weiteren Opel Highlight der Messe und zwar dieser Opel Ascona B. Einfach aus dem Grund, weil ich bisher nicht wusste, dass ich in meiner Traumgarage irgendwann einen Opel Ascona B brauche, aber genau so einer soll es sein. Ich finde das Ding richtig richtig genial in dieser schönen himmelblauen Lackierung, mit diesen klassischen Schmidt Alufelgen, mit diesem Sport Decal auf der Seite, das so richtig 70er Motorsport schreit. Genauso übrigens wie die Sitze innen. Ich finde die Sitzbahn, diese klassischen Opel Sitzbahn aus den 70ern, das ist so cool mit diesen ineinander verschlungenen Logos und ich habe ja auch so einen kleinen Sweetspot für Einarmwischer. Ich finde das irgendwie cool. Also einfach genau diese Kombination, wie das Auto hier steht, das brauche ich auf jeden Fall in meiner Garage und es ist eins meiner absoluten Highlights hier auf der Messe. Eins meiner weiteren Highlights und zwar nicht nur unter Opel, sondern allgemein auf der Messe ist hier dieser Cadet C Aero. Die Aero Version, die wurde damals in den 70ern von Bauer umgebaut, also die Firma hat dann nachträglich die Autos zum halbwegs Cabrio umgebaut und die Autos sind richtig richtig selten und ich finde es super, wenn sich jemand als Tuning-Projekt an so ein seltenes Fahrzeug wagt, vor allem wenn es dann halt noch so peak fein und perfekt umgesetzt ist wie hier. Einmal komplett lackiert und zwar nicht nur einfach außen die Hülle, sondern wirklich hier bis in den Motorraum, einfach komplett entkernt. Alles hier schön lackiert, verchromt, in Leder gefasst und das Auto sieht wirklich aus wie ein Neuwagen. Das steht perfekt da und ich finde das richtig genial, wenn man das einfach von vorne bis hinten so perfekt durchzieht. Also für mich ein riesiger Daumen nach oben für diesen Cadet C Aero. Dann zu meinem letzten Highlight und damit Highlight Nummer 5 in Sachen Opel auf den PS Days 2022 und zwar dieser Opel Corsa ATR, also die zweitürige Stufenheck-Version. Die sind heute richtig richtig selten, auch wenn da drüben noch ein zweiter steht, aber das ist halt auf einer Tuning-Messe so. Auf jeden Fall ist das hier mein Favorit, weil der einfach so aus der Zeit gefallen ist mit seinem 80er Tuning und ich meine das in einem allerpositivsten Sinne. Ich finde das richtig cool, dass sowas in der Qualität heute noch existiert. Mit seinem, ja so türkisenen, grünlichen, bläulichen Flipflop-Lack mit diesen kleinen, aber sehr sehr breiten Tiefbettfelgen. Dann im Innenraum finden wir auch die Lackfarbe wieder an den Kunststoffteilen. Super kleines Sportlenkrad und dann natürlich der obligatorische Käfig, der sich hier über die Rücksitze wölbt, wo man dann hinten nicht mehr sitzen kann, aber das ist ja egal. Also ich finde das als Gesamtpaket einfach richtig cool und ich finde es super, dass es das heute noch so gibt. Und das soll es dann an dieser Stelle von den fünf Opel Highlights der PS Days 2022 auch gewesen sein. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank Conny fürs Filmen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß hier auf der Messe. Wir hoffen euch hat das Video genauso gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, lasst uns gerne auch ein Abo für unseren Kanal da und im Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.